Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Heute findet ja für Schalke der 32. Spieltag statt mit dem Nachholspiel gegen den VfL aus Neubrück auf St. Pauli. Wir blicken auch nochmal auf das aktuelle Personalupdate und auch darauf, ob denn laut Karel Gerraths ein fixer Klassneld heute auch in einer gewissen Weise ein Erfolg wäre. Zudem hat Karel Gerraths auch über seine Zukunft gesprochen und dort durchaus ein Verbleib angedeutet. Rund um Daku Chulinov und Sebastian Polter gibt es auch Neuigkeiten, wie es mit den beiden Leihspielern, Chulinov ist ja zu uns verliehen, Polter weg von uns verliehen, über den Sommer hinaus weitergehen könnte. Somit sind das also heute unsere Themen. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Starten wir natürlich erstmal wie gewohnt mit dem Blick auf das aktuelle Personalupdate und den letzten Infos eben auch dann zum heutigen Spiel. Denn bereits heute Abend um 18.30 Uhr ist es ja soweit. Schalke ist zu Gast am Millern-Tor zum dritten Mal in der laufenden Saison. Es gab aber bislang zwei Spiele gegen St. Pauli, eins in der zweiten Liga, eins eben im DFB-Pokal, die man beide verloren hat. Und jetzt spielt man eben zum dritten Mal in Hamburg beim FC St. Pauli im Stadion und diesmal eben gegen den VfL Osnabrück. Und da gab es natürlich jetzt gestern nochmal die Spieltagspressekonferenz und damit auch die wichtige Frage, welche Spieler sind fit und welche Spieler fehlen möglicherweise aber auch. Und da ist ja schon seit einer Woche ungefähr klar, dass Brandon Soppy uns nicht mehr zur Verfügung steht. Er hat ja das Saison aus erlitten und wird somit auch nicht mehr für Schalke spielen, ist ja wohl auch bereits abgereist. Bei David John Merkin ist ja auch klar, dass er weiterhin fehlen wird durch ein Muskelfaserriss und auch deswegen fehlt Ralf Fährmann weiterhin. Leo Greimel ist ja auch im Aufbau, vielmehr aber eben noch nicht, sprich auch er ist keine Option für das Spiel. Ein klares Fragezeichen haben wir eben dann noch für heute Abend bei Cedric Brunner. Denn er hat jetzt letzt wegen Knieproblemen gefehlt. Klar bedingt dadurch, dass das Spiel jetzt verschoben wurde, kann man ja sogar sagen, könnte einer wie Brunner dadurch profitieren, weil er eben mehr Trainingstage hatte. Er ist auch wieder im Training, hat aber noch relativ kontrolliert trainiert. Also dort muss man dann mal abwarten, ob das für heute reicht oder nicht. Bei Assan Uedraogo ist natürlich auch klar, dass auch er durchaus davon profitiert hat, dass eben jetzt das Spiel nochmal ein paar Tage verschoben wurde. Denn Uedraogo wurde gegen Düsseldorf schon wieder eingewechselt und ist natürlich jetzt nochmal eine Woche und ein paar Tage weiter. Also er ist auf jeden Fall eine Option für das heutige Spiel. Aber natürlich ist es auch ein Spiel, was bedingt durch diese Geisterspiel-Atmosphäre ein sehr spezielles wird. Und Karel Gerrads wurde deswegen auf der gestrigen Pressekonferenz auch da nochmal gefragt, wie man das denn vielleicht auch einordnen kann, um eben auch dann selber das Spiel trotzdem erfolgreich gestalten zu können. Ich werde mit den Spielern nochmal darüber sprechen, was es bedeutet, dass das Spiel ohne Zuschauer stattfindet. Die Situation ist speziell. Wir kennen sie aus der Corona-Zeit. Wir wissen, wie wichtig unsere Fans sind. Ausbärts und zu Hause. Wir müssen uns selbst pushen, da die Fans leider nicht da sein werden. Ich bin bereit, an der Seitenlinie alles dafür zu tun. Es ist wichtig, dass die Trainingseinheiten jeden Tag gut waren. Die Mannschaft ist bereit. Und auch wenn es natürlich im Stadion selber heute keine Unterstützung geben kann, machen sich wohl bereits schon heute Morgen einige Schalke-Fans auf den Weg, um die Mannschaft trotzdem auch am Millantor zu unterstützen. Es ist wohl geplant, dass gegen 17 Uhr Dutzende Schalker laut der Watz in Hamburg sein werden am Millantor, sprich auch die Mannschaft bei der Busankunft unterstützen wollen. Ich glaube, das könnte schon wirklich besondere Bilder geben. Denn natürlich wissen wir auch alle, die Ausgangslage ist klar. Sollte Schalke heute gegen Osnabrück gewinnen, würde nicht nur der Vorfeld Osnabrück absteigen, sondern wir Schalker würden auch den Klassenerhalt schaffen. Das ist natürlich ein Ziel, was wir vor einem Jahr extrem gefeiert hätten. Natürlich jetzt in der zweiten Bundesliga das Minimalziel ist und deswegen hat sich auch Karre Gerraths gestern schwer getan bei der Frage, ob man denn einen möglichen Klassenerhalt feiern darf oder nicht. Schwierige Frage. Alle wissen, dass wir momentan in einer schwierigen Lage waren, sehr viel Negativität rund um die Mannschaft war. Aber auf der anderen Seite ist das Minimalziel und wir müssen alles daran setzen zu korrigieren, was wir falsch gemacht haben. Und ich glaube, dass man es auch dann so zusammenfassen kann. Natürlich werden wir uns alle freuen und sehr, sehr glücklich darüber sein, wenn das jetzt auch gelingen wird, die Klasse zu halten. Es ist aber auch eben nur das einzige Minimalziel, was du überhaupt noch haben kannst im realistischen Rahmen für diese aktuelle Saison und nicht mehr, nicht weniger. Die Ambitionen waren ganz andere, die Zielsetzungen waren ganz andere und insgesamt ist es eine komplett enttäuschende Saison. Aber natürlich kann man erst mal durchatmen und froh sein, wenn der Klassenerhalt dann fix sein wird. Und gefeiert wird dort aber sicherlich von keinem. Möglicherweise wird aber von manchen gefeiert, wenn Karel Gerraths über den Sommer hinaus Trainer bei uns bleiben wird oder eben auch nicht. Und diesbezüglich gibt es natürlich wie jede Woche auf der Spieltagspressekonferenz Fragen rund um seine Zukunft. Und gestern ging natürlich logischerweise auch die Fragenstellungen wieder in die nächste Runde und auch in eine gleiche Richtung. Denn wir alle wissen, Karel Gerraths hat noch einen Vertrag bei uns bis 2025. Es gibt wohl Interesse aus seiner Heimat vom FC Brügge. Und wir wissen allerdings auch, Karel Gerraths und Schalke werden nach der Saison Gespräche über eine gemeinsame Zukunft führen. Und trotzdem wurde natürlich auch gestern nochmal probiert, von den Medien ein bisschen mehr zu erfahren. Und Karel Gerraths hat auch ein bisschen mehr dazu erzählt. Denn er hat Folgendes in der Zukunft auch dann nochmal erklärt. Sprich, Karel Gerraths ist ein ehrgeiziger Typ und macht hier eben auch nochmal deutlich, er will natürlich auch dann mit Schalke erfolgreich sein. Er will mit Schalke in der kommenden Saison auch natürlich deutlich besser performen können als in der aktuellen Spielzeit. Und deswegen, es stellt er auf jeden Fall klar, dass er sich eine Zukunft auf Schalke vorstellen kann. Ich habe noch immer meinen Vertrag und ich mag Schalke und das Team sehr. Ich habe Spaß und sehe das Potenzial des Klubs. Aber Karel Gerraths lässt sich eben auch irgendwo eine gewisse Hintertür offen. Denn er hat eben auch klar gemacht, dass du im Fußball nie weißt, was passiert. Denn natürlich ist es auch für Karel Gerraths erstmal wichtig zu erfahren, in welche Richtung Schalke plant und was eben auch Schalke vorhat. Und genau darüber sprechen sie eben auch jetzt schon. Gemeinsam mit Sportdirektor Marc Wilmot, sicherlich auch schon mit Ben Manga. Und Karel Gerraths hat auch klar gemacht, man beginnt eben dann in der Kaderplanung nicht bei Null, weil natürlich die Zukunftsgespräche über die kommende Saison bereits am Laufen sind. Auch das hat er nochmal ausführlicher erklärt. Wenn das geschafft ist, werden wir uns zusammensetzen und über die Zukunft entscheiden. Dann schauen wir uns an, wie der Klub den Kader sieht und wie ich ihn sehe. Wir werden nicht unvorbereitend in die Planungen gehen. Im Hintergrund läuft die Vorbereitung für die neue Saison ja schon. Wir starten nicht bei Null. Sprich eine endgültige Entscheidung. Wie es mit Karel Gerraths weitergehen wird, wird eben auch dann erst passieren, wenn der Klassenhalt gesichert ist und es Gespräche gegeben hat. Und ich denke mal, das sollte mittlerweile auch wirklich jedem klar sein, dass das eben so ist. Deswegen verstehe ich es immer noch nicht, dass teilweise manche Karel Gerraths dafür kritisieren, warum er nicht mal endgültig ein klares Statement abgibt zu einem möglichen Verein oder zu einem möglichen Verbleib. Ich finde es aber auf jeden Fall vollkommen legitim und auch genau richtig so, dass man sich erstmal beidseitig dann eben auch zusammensetzen wird, um zu diskutieren, was in der kommenden Saison so möglich ist. Aber Karel Gerraths hat auf jeden Fall hier auch durchaus einen Verbleib ganz klar angedeutet mit seinen Aussagen. Wenn eben die Ambitionen ähnlich sind, dann sieht er nahezu keine großen Probleme. Er fühlt sich wohl auf Schalke. Er mag Schalke. Er glaubt an das Potenzial. Das waren dann gestern schon auch deutliche Aussagen auf der Pressekonferenz. Trotzdem wollten natürlich dann noch die Journalisten ein bisschen mehr wissen, haben nochmal nachgefragt. Und da wollte dann Karel Gerraths nicht noch weiter darauf eingehen. In meinem Kopf ist Osnabrück nicht meine persönliche Zukunft. Das geht mir etwas zu weit in die Zukunft, hat eben dann Karel Gerraths nochmal abschließend zu dem Thema gesagt. Also auch gestern gab es nochmal einige Aussagen dazu. Karel Gerraths hat Vertrag. Er sieht aktuell keinen wirklichen Grund, Schalke verlassen zu wollen. Und ich denke mal, damit haben wir auf jeden Fall nochmal weitere wichtige Infos zu dem Thema bekommen. Und dann heißt es eben jetzt volle Konzentration auf Osnabrück. Und sollte eben dann der Klassenhalt fix gemacht werden, dann geht es natürlich wie angerissen noch sehr, sehr zügig rein in die Kaderplanung. Und hier spielt logischerweise auch Darko Czulinov eine wichtige Rolle für den Sommer. Denn im Winter hat sich ja Karel Gerraths mindestens zwei neue Spieler gewünscht. Einmal eine Soforthilfe auf der Position des rechten Verteidigers. Reden Soppy wurde geholt, der verletzungsbedingt keine allzu große Soforthilfe war. Plus einen flexiblen, kreativen Offensivspieler, der eben dann mit Darko Czulinov geholt worden ist. Ich persönlich hatte im Winter das Gefühl, dass Czulinov schon auch ein Spielertyp ist, der uns weiterhelfen kann. Aber ich hatte jetzt auch nicht diese riesen Erwartungen wie vielleicht andere, weil natürlich auch klar war, er kommt aus einer sehr, sehr schweren Erkrankung heraus. Er hat die letzten anderthalb Jahre sehr relativ wenig Profifußball gespielt und deswegen war es natürlich klar, dass er auch durchaus Zeit braucht. Trotzdem ist er sein Comeback bei Schalke wirklich sehr gut gelungen mit seinem Treffer gegen Kaiserslautern. Und danach die Wochen stand er ja auch dann einige Mal unter Karel Gerraths in der Startelf. All das hat sich aber auch dann geändert mit dem Spiel gegen Magdeburg. Danach wurde Czulinov dann viermal in Folge nur noch eingewechselt. Und bei den letzten vier Partien war er einmal gar nicht im Kader, letzte Woche gegen Düsseldorf, zweimal ohne Einsatz im Kader gegen Hannover und gegen Elversberg. Und gegen Nürnberg wurde er kurz vor Schluss, also er hat gerade mal zwei Minuten dann regulär gespielt, eingewechselt. Also so richtig erfolgreich ist natürlich die Rückkehr von Darko Czulinov auf Schalke überhaupt nicht. Und deswegen ist natürlich auch die große Frage, warum kann eigentlich Darko Czulinov aktuell kaum spielen? Und warum ist vielleicht doch dort sein Platz im letzten Spiel nur auf der Tribüne gewesen? Und auch dazu hat sich Karel Gerraths gestern nochmal geäußert. Er ist voller Energie, aber es ist ein großer Konkurrenzkampf. Spieler, die hart arbeiten, sind die Spieler, die Eindertsminuten bekommen. Und das wiederum war jetzt keine wirkliche Kritik an Darko Czulinov, sondern sogar eher auch ein Lob für Lino Tempelmann. Denn zum einen ist natürlich Assan Uedraogo zurückgekehrt und ist ein weiterer Spieler, der auf diesen Halbpositionen in der Raute spielen kann, wo ja auch Czulinov die letzten Wochen, wenn dann, gespielt hat. Plus eben Nino Tempelmann, der die letzten Wochen auch manchmal gar nicht im Kader stand oder gar nicht gespielt hat, hat sich tatsächlich im Training wieder angeboten. Und deswegen war es eben so, dass gegen Düsseldorf Darko Czulinov aus dem Kader rausgerutscht ist und Tempelmann zum Beispiel den Vorzug erhalten hat. Und deswegen sind eben aktuell andere Spieler weiter vorne dran. Natürlich haben wir für Darko Czulinov eine Kaufoption, die soll irgendwo zwischen 2 und 3,5 Millionen Euro liegen. Natürlich ist aber auch klar, dass so eine Festverpflichtung nahezu ausgeschlossen ist. Also ich könnte mir immer noch einen längerfristigen Verbleib von Czulinov grundsätzlich vorstellen, weil eben sein Vertrag in England noch bis 2026 läuft. Sprich, man könnte ihn auch in der kommenden Saison nochmal ausleihen. Ich glaube aber, dass es so, dass Karel Gerrits rein taktisch nicht den größten Sinn macht, das möglicherweise zu tun. Plus auch einfach Czulinov-Leistungen in der Rückrunde, die man bislang gesehen hat, nicht gut genug waren. Also wäre es nicht Czulinov, dann wird man sicherlich auch nochmal ganz anders über ihn sprechen oder über die Leistungsdaten sprechen. Trotz natürlich auch des Vorwissens seiner Erkrankung, seiner geringen Spielzeit. Dann macht es einfach keinen wirklichen Sinn, sich hier um eine Weiterverpflichtung zu bemühen. Und ich denke mal, das wird man auch dann intern so klar festhalten. Denn im Sommer braucht es wirklich viele gute Transferentscheidungen. Und da macht es jetzt keinen Sinn, da Kuzulinov auf Zwang oder auf Drang zu behalten, ohne wirkliches Budget für eine solche Position zu haben. Für Budget könnte möglicherweise auch im Sommer Sebastian Polter sorgen. Denn den haben wir ja im Winter verliehen zu Darmstadt 98. Und da könnte er im besten Falle ein bisschen Geld in die Kassen spülen. Allerdings wird dieses Geld, wenn wir denn noch eine Ablösung für ihn bekommen, nicht von Darmstadt kommen. Denn Sebastian Polter ist ja im Februar, am Deadline Day, am 1. Februar, zu Darmstadt gewechselt auf Leibasis. Die Lilien hatten sich im Winter nochmal verändert, wollten sich nochmal vor allem auch in der Offensive verstärken. Und Sebastian Polter sollte im Bundesliga-Abstiegskampf eine wichtige Rolle spielen. Allerdings stand Polter in den letzten vier Partien gar nicht mehr im Kader. Die Lilien sind ja mittlerweile auch offiziell abgestiegen. Also Darmstadt spielt in der kommenden Saison dann gegen uns, wenn wir den Klassenerhalt hinkriegen sollten. Aber eben auch dann ohne Sebastian Polter. Der Verein selber hat die Nicht-Nominierung von Polter mit einer anstehenden OP begründet. Dabei handelt es sich aber wohl um einen kleinen Angriff an der Leiste, der Polter nur wenige Tage außer Gefecht setzen wird. Das berichtet die Bild-Zeitung und dieser war eigentlich auch erst für die Sommerpause vorgesehen. Klar ist aber, und das ist wohl auch der Hauptgrund, warum Polter bei Darmstadt aktuell nahezu gar nicht mehr spielt, ist das abgekühlte Verhältnis zum Cheftrainer. Der ist ja dort Thorsten Lieberknecht. Denn Lieberknecht selber soll auch Polter bislang nicht erklärt haben, warum er aktuell überhaupt nicht mehr auf ihn setzt. Denn nachdem Sebastian Polter gewechselt ist in die Bundesliga, hat er die ersten Spiele immer gespielt. Auch über Wochen hinweg in der Startelf gestanden. Er hat zwar kein Tor erzielt, aber Darmstadt generell hat eben auch in den Wochen unglaublich schlecht performt. Unter anderem mit einer 0 zu 6 Pleite gegen Augsburg, wo ihm auch Polter in der Startelf gestanden hat. Und danach wurde eben auch sehr, sehr viel verändert. Und trotzdem läuft es eben dort nicht so wirklich zusammen. Und deswegen ist auch schon jetzt klar, laut der Bild-Zeitung, dass die Lilien die Kaufoption sicher nicht ziehen werden. Diese liegt ja bei 500.000 Euro, wie man hört. Es ist wohl auch so, dass bereits ausverhandelt wurde, dass auch andere Vereine diese Kaufoption sozusagen ziehen können. Also dass irgendwie das in einer gewissen Art und Weise jetzt eine Ausstiegsklausel ist. Also wenn auch andere Vereine 500.000 Euro zahlen wollen, dann ist das möglich. Und dann wäre Schalke sicherlich auch froh darüber. Denn so ist natürlich klar, steht Sebastian Polter ganz klar vor einer Rückkehr zu Schalke. Sein Vertrag bei uns läuft noch ein weiteres Jahr. Klar, Darmstadt wird ihn nicht kaufen. Das heißt, am 1. Juli ist er offiziell wieder Schalker. Und dann muss man eben mal gucken, wie es mit ihm weitergeht. Denn auch unter Karre Gerrits bei uns hat er ja dann auch nicht mehr wirklich die große Rolle gespielt. Klar, er hat unter Karre Gerrits viermal als Joker einer Zeit gehabt. Hat auch am Ende der Hinrunde verletzungsbedingt durch die Leisten-OP gefehlt. Aber war eben auch zweimal ohne Einsatz im Kader. Und die Tendenz war eben auch dort schon klar. Karre Gerrits plant ohne Sebastian Polter. Deswegen war man ja auch erst recht dafür bereit, ihn im Winter abzugeben. Deswegen glaube ich auch nicht zwingend daran, wenn Karre Gerrits bei uns Trainer bleibt, dass Sebastian Polter eine wirkliche Chance hat auf eine Rückkehr. Auch wenn ja manche meinen, gut, wenn vielleicht Tirode aufhört, könnte man ja Polter als erfahrenen Stürmer Hinterkeke top gebrauchen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass man sich hier trennen wird und dass man eine vernünftige Lösung findet. Ich persönlich mag Polter immer noch als Typen und ich kaufe ihm auch immer noch seine Tränen nach dem Abstieg in Leipzig ab und glaube auch immer noch, dass er uns wirklich weiterhelfen wollte. Aber es hat einfach ein Sport und ich weder in der Bundesliga noch in der zweiten Bundesliga so richtig funktioniert. Bei Darmstadt eben auch nicht und deswegen wird Polter erstmal zurückkommen und dann wird man gucken, wie es über den Sommer hinaus weitergehen wird. Und jetzt interessiert mich mal vor allem auch eure Meinung zu dem Thema, wo Karre Gerrits gestern noch darauf angesprochen wurde. Wäre der Klassenerhalt, wenn er denn heute gelingen sollte, in einer gewissen Weise ein Erfolg oder nicht? Schreibt dazu und zu allen anderen Themen gerne eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!